Hiho und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zauberer zu Battlemages, Sign of Darkness. Ja, wir sind... Oh, Goblins. Goblin-Karawane. Die lassen wir in Ruhe, wir wollen keinen Krieg mit Gorbos. Vor allem, weil sie Hele-Baden-Träger haben, was ziemlich starke Gorbos sind. Was wir erstmal wollen, ist... ...die Goblins, die ein Energiering aus der Wolfsgrube bringen. Mal gucken, ob wir neue Truppen zum Anröhren haben. Ja, der Friedhof zum Beispiel produziert gerade nichts. Mal säuern, wir hier mal neue Truppen an. Okay, wenn wir die Spieß-Koblins angreifen, die... Ehefeindlich sind... Ehefeindlich sind... Ehefeindlich sind... ...so. Das ist jetzt die gute Frage, wenn wir diese... ...Goblins angreifen... ...ob uns dann die... ...andere Goblins hassen... ...weil die Goblins sind uns ja feindlich, die Sonne. Okay. 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 Ah, ihr geht mal ruhig vorbei. Gut, die ignorieren uns ja auch wirklich. So, hier sind auch wieder Untote, die wir anheuern können. Das sollten wir auch machen. Ich muss nämlich eine wirklich riesige Armee aufbauen. Und können wir? Nein, wir können noch nicht. Okay. Ja, wie Sie bitte. So, eine Wissensschriftrolle, die benutzen wir auch gleich. Verkaufen mal die ganze Nahrung, die wir so zusammengesammelt haben bei denen. Und auch die Steinchen können wir verkaufen. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Hier zu der Höhle. Okay, die Skelette haben leider... sind leider tot durch die Schwertkämpfer hier. Grabrauch zum Wachsenholz. Mal gucken, ob wir denen das bringen können. Na ja, das ist ein großes Worrocks-Lager. Und da hängt einer der Worrocks fest. Keine Ahnung, wo der zweite steckt. Ach, da hinten. Dann machen wir den auch gleich kalt. Schau auf die Hände! So, die Worrocks können wir ziemlich gut, äh... einkesseln. So, da sind sogar die 50 Holz, die wir brauchen. Wir müssen nur irgendwie rankommen. Oder 50 Holz sogar. Und wir können... den Meisterrangen erreichen. So, auf den Meisterrangen. Oh, Fleischverfall. Der wäre nett, der Zauber. Damit können wir Gegner in Zombies verwandeln. Wie interessant, dass diese Karawane alleine unterwegs ist gerade. As you please. Your order is clear. I know this place. Your order is clear. Ach, wahrscheinlich, weil da jetzt die Soldaten dazu kommen, zu der Karawane. Das sind die Soldaten... die gerade vorhin die Skelette gedöntet haben, die ich übernehmen wollte. As you please. Your order is clear. We can do it. Together. It's important, not to make a song. As you please. It's important, not to make a song. Your order is clear. As you please. The Karawane macht uns ein gutes Angebot. Okay, die brauchen was vom Strong Chaos Nest. Hm. Das Strong Chaos Nest, das lassen wir aber erst mal noch. So, verkaufen wir dir noch gerade die ganzen Reste, die wir da noch haben. Ich hab doch... As you please. Ich hab hier doch den roten Puck gesehen. Hm. Oh, das sind jetzt zwei. It's important, not to make a sound. As you please. As you please. Yes. I know this place. Yes. Okay. Dann hätten wir auch... ... auf solche Gekommen jetzt. Was kostet der Zauber denn? Fünftausend, ja. As you please. Hm. As you please. Okay, dann gehen wir jetzt mal rüber zu der Necropolis. Die ist ja da hinten. Your order is clear. Grab braucht Holz. Okay. Und die Menschen schenke, die will auch was. Ha, ha, ha. Das könnt ihr vergessen. We are the true masters. I know this place. I know this place. Jetzt wollen wir erst mal das Ding für die Necropolis. Die Höhle lassen wir da aber erst mal in Ruhe, falls wir sie noch anderweitig brauchen. Yes. So, jetzt können wir den Zauber lernen. Und auch gleich mal da reinziehen. I know this place. As you please. 400 Mana würde der kosten. Yes. We can do it. Together. So. Meine Trumpen kriegen sogar Stufenausstiege. Fall in. As you please. Hm. Holz. Und Nahrung. It's important not to make a sound. As you please. Yes. We are the true masters. So, jetzt können wir zur Necropolis rüber gehen und das dort abgeben. An der Höhle vorbei. Hier hinten ist, glaube ich, nichts mehr. Your order is clear. Your order is clear. Das waren irgendwelche Goblinsen noch. I know this place. Okay. Your order is clear. Rekrutiert die Leopardenträger. Die können wir gerne ausschalten. As you please. Yes. As you please. Darum steht noch ein Einzelner. As you please. It's important not to make a sound. So, da kommen die Vorrocks aus dem Lager. I know this place. Ah, und tatsächlich, die Menschen haben es geschafft. Your order is clear. I know this place. Meine Necropolis-Truppen zu belagern. We can do it. Together. My troops are under attack. Dann machen meine Elfen sie jetzt nieder. Yes. I know this place. What took you so long? The humans nearly captured the tower. I had to hide in my coffin. I'll need your help soon. Stay close at hand. Yes, my lord. Good. It's important not to make a sound. Wer trägt das Zyklopen-Auge? No one can compare with us. Fall in. Seltener Lager macht uns ein Angebot. Mhm. Yes. Und wie gebe ich denn die Koppelis jetzt die... Das Zyklopen-Auge? Yes, my lord. Hm. We are the true masters. Your order is clear. Wohl erst mal gar nicht. It's important not to make a sound. Your wish is our command. We'll do our best. No one can compare with us. It's important not to make a sound. Na gut, machen wir die Woroks hier unten kalt. Your order is clear. It's important not to make a sound. As you please. No one will escape. I know this place. Fuck this place. What are we doing? Okay. Yes. Okay. Why want, love, love, love. Untertitelung des ZDF, 2020